Mein Name ist Saskia Nakari, ich bin Medienpädagogin am Stadtmedienzentrum in Stuttgart, bin da Referentin für den pädagogischen Jugendmedienschutz. Wie bist du zu deiner Stelle am Stadtmedienzentrum gekommen? Ich habe von 2004 bis 2010 an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg studiert. Und zwar war das ein Diplomstudiengang, und zwar mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung und dem Wahlpflichtfach Medienpädagogik. Während des Studiums war es ziemlich wichtig, sich da schon in so eine Richtung zu orientieren, weil man hatte eigentlich die Möglichkeit, entweder in die Erwachsenenbildung zu gehen. Das bedeutete letztendlich so diesen wirtschaftlichen Zweig einzuschlagen. Also viele meiner Mitstudierenden sind dann beispielsweise in die Personalabteilung vom Daimler oder vom Bosch gewandert. Und durch mein Wahlpflichtfach Medienpädagogik, also es gab nebenbei noch die Wahlpflicht für die Gesundheitserziehung und was es da noch gab, weiß ich nicht genau. Aber bei mir war sehr schnell klar, dass ich in diese medienpädagogische Richtung gerne möchte. Und deswegen habe ich natürlich während des Studiums auch geguckt, dass ich viele Praktika in dem Bereich mache und so Zusatzqualifikationen dann sammle. Und genau, habe halt geguckt, dass ich möglichst viele Dinge schwarz auf weiß habe, die bestätigen, dass ich irgendwo mit Medien was gemacht habe. Und dann letztendlich war dann nach dem Studium, waren zwei Stellen ausgeschrieben am Landesmedienzentrum Stuttgart oder Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Habe ich mich direkt auf beide Stellen beworben und habe dann eine davon gekriegt und war dann seit 2011 am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Und bin dann 2017 oder 2018 bin ich dann ins Stadtmedienzentrum gewechselt. Mit welchen Aufgaben wirst du konfrontiert? Ja, ich habe damals schon meine Diplomarbeit zu einem medienpädagogischen Thema verfasst. Und zwar bin ich da aufmerksam geworden. 2009 war das schon, was das Thema Internetpornografie angeht und ob da vielleicht die Schule Handlungsbedarf hat. Das heißt, ich habe im Rahmen meiner Diplomarbeit die Bildungspläne in Deutschland verglichen. Habe geguckt, in welchen Bildungsplänen ist dann zum Beispiel sowas wie das Thema Lust oder Selbstbefriedigung verankert. Und habe geguckt, okay, da ist noch Nachholbedarf. Ich glaube, in Bremen waren sie relativ weit. Und habe dann gesagt, okay, dadurch, dass Jugendliche heutzutage, damals schon 2009, leichten Zugriff auf pornografisches Material haben, habe ich gedacht, okay, vielleicht hat das ja Konsequenzen für die schulische Sexualerziehung. Und habe da im Rahmen der Diplomarbeit einen Workshop entwickelt, den ich an Schulen erprobt habe. Und genau. Und das war dann schon das erste Jugendmedienschutz-Thema, mit dem ich in Berührung gekommen bin, was sich auch immer noch durch meine Arbeit zieht. Tatsächlich, genau. Das ist ein Thema, wo ich gerne mit Jugendlichen an Schulen arbeite, mit Mädchengruppen zum Thema Sexualität und Pornografie. Aber ansonsten zählen zu Jugendmedienschutz-Themen noch, genau, wir arbeiten viel präventiv gegen Cybermobbing an Schulen. Dann gibt es Themen wie Fake News. Wie kann ich Fake News erkennen? Dann das Thema Hass im Netz. Wie kann ich Hass im Netz begegnen? Warum gibt es das überhaupt? Dann das Thema Schönheitsideale und Selbstverstellung, beispielsweise in sozialen Netzwerken, gerade verstärkt auf Instagram. Ist ein Thema, was man mit Jugendlichen bearbeiten kann. Genau. Also alles, was so aufschlägt, wo man das Gefühl hat, ob da Jugendliche zu viel sich anschauen sollten, ohne das mit Erwachsenen zu besprechen. Das sind so Themen, die ich hier am Stadtmedienzentrum für Schulen, Lehrer und Eltern anbiete. Was sind deine Lieblingsaufgaben? Natürlich macht es immer irgendwie Spaß, irgendwelche Präsentationen und Vorträge wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist auch das Schöne an Medienthemen, dass man eigentlich immer wieder neue Dinge erlernt. Man lernt nie aus. Es kommen immer neue Phänomene auf, die man wieder auf dem Schirm haben muss. Und genau, wie gesagt, ob es jetzt TikTok ist, ob es jetzt sowas wie Reddit ist und Patreon und so. Ich habe immer gedacht, boah, ich bin bestimmt bis zu meinem Lebensende ganz nah an den Jugendlichen dran. Da merke ich, ups, ich habe da sehr viel Nachholbedarf immer wieder. Aber das ist auch spannend und das macht auch Spaß. Das heißt, genau, man bastelt so ein bisschen wieder an Vorträgen, an Präsentationen, dass man auf dem neuesten Stand ist. Wenn man zum Beispiel Elterninformationsabende macht, dann überarbeitet man auch nochmal Workshop-Konzepte. Und im Optimalfall geht man dann zu einem pädagogischen Tag und arbeitet mit Lehrern. Oder gerade zum Thema Sexualität und Pornografie macht man das tatsächlich komplett ohne Lehrer. Da sind die außen vor. Das ist eigentlich auch ganz schön, mal so eine Klasse zu haben, mit der man mal ganz in Ruhe über wichtige Themen sprechen kann. Ja, und dann freut man sich natürlich hier mit den Kollegen irgendwie Zeit zu verbringen und sich über die neuesten Themen auszutauschen. Also das ist so der optimale Tag eigentlich. So ein bisschen an Vorträgen basteln, vielleicht einen Workshop machen und mit den Kollegen Kaffee trinken. Welche Aufgaben machen dir nicht so viel Spaß, sind aber notwendig für deinen Job? Nee, was gibt es denn, was mich nervt? Nee, muss ich, das ist echt, das ist Werbung in eigener Sache. Mich nervt eigentlich gar nichts. Nee, im Stadtmedienzentrum, man ist so ein bisschen sein eigener Herr. Die Hierarchien sind sehr flach. Unsere Chefs trauen uns sehr viel zu, dass wir sehr viel in Eigenverantwortung übernehmen können, selbst entscheiden können, welche Aufträge sinnvoll sind und welche nicht. Klar, mittlerweile muss ich mal sagen, die ganzen Workshop-Konzepte, die man schön in Präsenzphasen umsetzt, dann auf die Online-Welt zu übertragen und gucken, mit welchem Videotool macht man wie wo was, kriegt man alle mit ins Boot, ist da eine schöne Methodenvielfalt gewährleistet. Das ist jetzt gerade so eine neue Herausforderung. Aber es ist auch wirklich nur eine Herausforderung und nichts, was mich an meinem Job irgendwie stört oder so. Welchen Ausbildungsweg würdest du angehenden MedienpädagogInnen empfehlen? Dadurch, dass wir hier viel mit Praktikanten und Hiwis und so zu tun haben, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen eigentlich zu uns gekommen sind, kann man nur sagen, nee, also erstmal eine grundsätzliche Medienaffinität ist natürlich das A und O. Klar, in meinem Falle hat es mir gut getan, eine pädagogische Ausbildung zu haben, also da ein Diplom in Erziehungswissenschaften mitzubringen, um tatsächlich mit einfließen zu lassen. Wie lernen denn Kinder am besten und wie kann ich gezielt Medien einsetzen, um so Lernprozesse voranzutreiben? Das hilft mir in meiner Arbeit, aber dadurch, dass wir uns hier austauschen, kann man sich da gegenseitig bereichern. Medienwirtschaft ist ein Zweig, ist wichtig. Medienpsychologie ist natürlich auch ein super interessanter Bereich, wo man hier seine Erfahrungen einbringen kann. Wenn man was im grafischen Bereich gemacht hat, wie gesagt, wir machen ja auch aktive Medienarbeit viel. Dann ist das natürlich auch von Vorteil, zu wissen, wie mache ich denn Filme beispielsweise oder Programmierkenntnisse sind auch von Vorteil, weil auch das zur Medienbildung dazugehört. Also wenn man sich anguckt, wie breit doch dieses ganze Spektrum ist, Medienbildung, das Lernen mit Medien, das Lernen über Medien, gibt es eigentlich für alle medienaffinen Leute, die irgendwas, man studiert ja heutzutage auch irgendwas mit Medien, ja, da ist für alle eigentlich Platz in der Medienbildung. Ja, cool. Ja, ich denke auch, dass du da recht hast, dass man da mit sehr vielen verschiedenen Wegen dahin kommt. Total. Ja, vor allem auch so eine Affinität dazu zu haben, mit Menschen zu arbeiten, da so ein Sendungsbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, ich möchte gerne was vermitteln und da vielleicht sich so ein bisschen dann wieder ein paar Skills anzueignen, wie vermittle ich denn am besten welcher Zielgruppe, welche Inhalte. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Learning by Doing. Das lernt man hier. Unabhängig vom jetzigen Job, wenn Geld, Wohnort und andere Faktoren egal wären, welchen Job würdest du machen wollen? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen den Schwarze getroffen, so. Also, ja, nee, genau das, was ich jetzt mache, also ich habe so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht. Klar, nebenbei habe ich noch eine Band, aber da denkt man sich auch, nee, man möchte nicht professionell Musik machen zum Beispiel, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern letztendlich ist das ein toller Ausgleich, aber das als Job zu haben und mit so vielen unterschiedlichen Leuten und Zielgruppen irgendwie in Berührung zu kommen und da immer das Gefühl zu haben, ja, man tut was Sinnstiftendes und es wird irgendwie immer wichtiger, das Thema, nee, das ist schon absolut, ein bisschen mehr verdienen könnte ich schon, also so ist es nicht, aber deswegen bin ich ja trotzdem noch hier, also letztendlich habe ich das schon richtig gemacht, glaube ich. Gibt es noch ein Projekt, das dir am Herzen liegt und du hier gerne vorstellen möchtest? Wir fangen gerade an mit der Uni Münster zusammen, Lernserverangebote zu machen. Das ist so eine Art Lernstandserhebung, wo wir gerne Schulen unterstützen wollen, eine gescheite Binnendifferenzierung vorzunehmen und die mit unseren medienpädagogischen Angeboten zu koppeln. Das ist jetzt gerade wirklich so eine ganz neue Geschichte, da lassen wir uns jetzt zu Trainern ausbilden, um da beispielsweise auch unsere Mitarbeiter fit zu machen, um das umzusetzen. Da müssen wir uns gerade noch so ein bisschen finden, aber wir sind in der Ausgestaltungsmöglichkeit total frei und deswegen habe ich da große Lust drauf, weil ich bin eigentlich kein Fan von quantitativen Erhebungen und Analysen, vor allen Dingen, wenn es um Lernstände von Kindern geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das so ausgestalten können, dass das einen absoluten Mehrwert hat, jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Homeschooling und Corona und die Lehrer kriegen gar nicht mal so genau mit, auf welchem Lernstand sind denn die Kinder, was das Rechtschreiben und das Lesen angeht. Und da dann sie zu unterstützen und zu sagen, hey, wir können da mit einem gewissen Tool, können wir da genauer hinschauen und dann über unsere medienpädagogischen Angebote, ob es jetzt Rap-Texte schreiben und da ein bisschen einen Fokus zu setzen, so ein bisschen auf Rechtschreibung und Lesen, aber das halt gekoppelt mit medienpädagogischen Angeboten. Und das stelle ich mir ziemlich spannend vor und freue mich, dass es jetzt 2021 so ein bisschen ein neues Thema ist, mit dem man sich nochmal beschäftigt. Untertitelung des ZDF, 2020